Musik Herzlich Willkommen an der Wolfgang-Folcher-Schule! Baby, du bist uns wichtig! Baby, am besten lernst du hier! Denn unsere Schule spart uns noch! Okay, guten Morgen, Mädchen und Mädchen! Guten Morgen, Frau Stauffer-Kamme! So, es ist called Room on the Brune. So, die Wälder hatte einen Katz. Was braucht Schüler oft vor dem Chemieunterricht? Lassen wir es heute knallen? Na klar, das macht doch Spaß! So, ihr Lieben, das lassen wir mal lieber dem Profi machen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt die dritte Stunde und jetzt haben wir Lesezeit. Jetzt holt ihr bitte einmal eure Bücher raus. Hora, ich habe irgendwie mein Buch vergessen. Ich habe dich zwar noch gar nicht drangenommen, aber... W-B-S-Wissen begeistert Schüler. Oha! Und das ist Wasser. Und durch den Dampf entsteht Wasser, weil die molekularen Teiche sich zusammentun und Wasser bilden. Passt, ja. Dann kann's losgehen! Abspipost! 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 Damit ihr immer schön die Orientierung behaltet, bekommt ihr von uns einen Ruhigen Tag. Das ist unser großer Fanplatz-Märmfahrgebuch. Moin, wir sind der WPU Technik Klasse 10. Der Roboter hat die Aufgabe, selbstständig mit den Sensoren hier durch das Doppeln zu kommen. Das ist unsere Software, mit dem wir Modelle für unseren 3D-Tucker erstellen. Das Modell, das Sie hier sehen können, soll eine Vase darstellen. Man kann auch noch kleinere Sachen dazubauen. Das ist alles, ich gehe jetzt ein Haus hin. Ich weiß nicht, das kriegen das Stichschüler wieder sein. Die haben nämlich mehr Geduld. Wenn ich den Teig da rüber kriegen möchte, dann rolle ich ihn mir oft das Nudelholz auf. Gehe hier rüber und rolle das wieder ab. Stopp! Das Schulleitungsteam hat sich doch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Sven-Erik Leisner, Schulleiter der Wolfgang-Borherzschule und das ist mein Leitungsteam. Mein Name ist Cordula Beul. Ich bin hier die stellvertretende Schulleiterin und zuständig unter anderem für den Stundenplan und den Vertretungsplan. Hallo, mein Name ist Jan Behrens. Ich bin der Außenstellenleiter unserer Schule. Ich bin für die zentralen Abschlüsse zuständig und für die Berufsorientierung. Moin, ich bin Gerrit Lange und an der Wolfgang-Borherzschule als Koordinator für die Bereiche Wahlpflichtunterricht und digitale Medien zuständig. Hallo, ich heiße Kerstin Behrens und ich organisiere alles, was die fünften und sechsten Klassen betrifft. Die Wolfgang-Borherzschule ist natürlich viel mehr als Unterricht- oder Schulleitungsteam. Wir zeigen jetzt die aktiven Agents, die wir auch in Corona-Zeiten anbieten können. Agents wie Sport und Musik können wir natürlich erst wieder anbieten, wenn die Bedingungen das zulassen. Trotzdem wünschen wir jetzt viel Vergnügen mit den tanzenden Lehrkräften und vielleicht entdecken sie sogar die Kursleiterin der Tanz-AG. Und unsere Schulhunde, das ist die Maggie und hier haben wir die Monique. Hallo, wir sind die Wien-AG. Auch Ihnen, liebe Eltern, stehe ich bei vielfältigen Themen und Fragen beratend und unterstützend zur Seite. Ich freue mich auf Sie und euch. Bis bald! Hallo, ihr Lieben! Hier seid ihr im Sekretariat. Und wenn ihr euch hier auf der Schule anmelden wollt, kommt ihr einfach zu mir. WBS! Weltbeste Schule! Wir freuen uns auf dich! Bis bald! Wir sind bereit! Tschüss! Dann schreibt uns auch mit Tee! Was denken die jetzt von uns? Tschüss! Tschüss!!! B Y E N V E T Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017